Also, immer schön ausweichen, äh, oder so, und dann geht er irgendwann. Also, dann lebt er auch nicht mehr. Boah, was ein Lappen. Wie konntest du nur siegen? Du warst mehr als ein würdiger Gegner. Ich verneige mich vor die, indem ich mein Herz öffne und dich an meinem Wissen teilhaben lasse. Berührt das heilige Licht, was das heilige goldene Licht, das blutbefleckte rote Emblem vor dem Eingang des Tempels, so tritt eine neue Ordnung in Kraft. Die Erde wird im Himmel geboren, der Mond hingegen auf der Erde. Vergiss niemals diese Worte, nun gehe ich dahin still und ungesehen. Jetzt macht er, ähm, einen ehrenvollen Tod, ähm, das heißt sich selber umbringen. Für Allah! Und bam! Okay, ähm... Gib mir die Lichtpfeile! Du hast die Lichtpfeile erhalten, platziere ihn auf C, um dein Lichtpfeil ins Lichtige Leichtigkeit zu tauchen. Ich fand das für einen Akzent, ey. Bam, 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 bam. Okay, äh, diese schwulen Lichtpfeile packen wir direkt mal hier drauf. Dann, weil wir, weil wir das so schön finden, packen wir auch noch... Ach, ich packe mal den Zora da drauf, man kann ja nicht wissen. Letztlich dreht man die eine Maske auf, hihihihi. Und Speicher. Oh, wo sind wir denn hier? Oh, da ist, da ist schon ein Arsch. Den mag ich nicht. Das ist mir überhaupt nicht sympathisch. Äh, ja. Natürlich gehen jetzt. Hm. Jetzt? Wenn wir ihn enter haben, kann das sein? Ich weiß das echt nicht. Wieso greift er mich überhaupt an, wenn ich die schwule Maske aufhabe? So. Ah. Wann das? Alter, er dreht mich immer weiter zurück. Ah. Oh, falsche Taste. Nein. Ah. Toll, ey. Oh. Oh, jetzt, da, ja. Geld, Geld. Wir brauchen in diesem Teil des Spiels noch Geld. Wofür? Ja, super. Äh, jetzt hab ich ja wieder, im Prinzip, ja, nee, nee, so schimmel sind nicht wie mit Tasten, aber ich hab jetzt, äh, nicht mehr dieses, den Analogstick, sondern diese Pfeiltasten. Wenn du wirst, hör dich mal. Ja. Und die sind relativ impräzise, aber in die, hab ich mich nur, kann mich nur an die gewöhnen, weil der Analogstick so weit weg ist. Was sieht jetzt hier noch irgendwas? Hm. Ich mach mal hier hin. Speichern. An den erinnere ich mich noch, der ist ziemlich, ziemlich aua, aua. Ziemlich aua, aua Gegner. Äh. Ah, okay, das ist ja eindeutig, warum ich hier machen muss. Alter, ich wollte doch nicht hören, was die sagt. Alter. Na, super. Oh, hab ich getroffen. Ah, okay, anscheinend muss ich hier in echtem treffen. Ich hab, äh, ich bin ja auch schon mal rausgeflogen wegen dem. Aber weiter will der irgendwie nicht. Schon? Lächerlich. Okay. So, hier muss ich auch hin... Oh. Ah, nee, die Maske habe ich ja noch an. Cool. Hier war doch irgend so eine Sonne. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Hm. Ah, da. Okay. Hä? Wieso greift ihr mich an? Achso, die Maske habe ich aus denen ausgezogen. Was will er denn? Arsch. Ich hätte vielleicht mal irgend so ein Mannerzeug mitnehmen sollen. Die kosten ja übel viel Manner. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Deine Mutter schwitzt, oh, Kacke. Oh, manna, manna. Babi, bibi, bibi. Manna, manna. Babi, bibi, bibi. Boah, nech. Also zum Ziehen brauchte ich eigentlich auch den Analog-Stick. Aber dat geht, dat... Noch gehtet. So, ich Probleme damit krieg... Erinnere ich dat. Äh, ja. Okay, dann gehe ich jetzt raus und zeig euch mal, wat richtig coolet. Also, guckt. Äh, ja, dat ist... Dat finde ich extrem doof, irgendwie. Aber anstatt jetzt jeder dumme Rätsel nochmal mit den Steinen zu machen, reporte ich mich einfach gegenüber. Ich glaub, dat ist, äh, voll einzigartig, dass man nochmal, währenddessen man in dem Tempel ist, raus muss. Rausgehen muss, um... Na? Äh... Das ist das Ding. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020